Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ja, heute heißt es David gegen Goriath, wobei ich David bin und Sephiroth Goriath. Aber ja, es ist natürlich ein schüchtern und überraschend, ich hab Angst. In diesem Kampf ist es wichtig, man braucht auf jeden Fall Perforieren und Tollwut, das sind die beiden Abilities. Und man braucht einen Haufen Elixieren. Oh nein, ich hab Angst, ich kann es nicht glauben. Alter, jetzt geht es gegen Siedelort. Ich hab Angst. Was für ein Auftritt. Da erhitzt sich der One Winged Angel. So, jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zusehen und viel Spaß damit, mich beim Sterben zu sehen. Das Wichtige ist auch den Purzelbaum und den Lockzug. Autsch, tschta. So. Und man muss hier halt ordentlich casten und wenn man mehr als ein Kombo Plus an Geräte hat, dann sollte man, ähm... So, und wenn er das macht, mit Tollwut drauf klatschen, weil das ist quasi die beste Möglichkeit mit Tollwut zu spammen. So, ab und zu mal wieder heilen. So. Bam! Jetzt können wir einen Schaden machen. Oh! Ich hab Angst. Ich hab richtig Angst. So. Man sollte auch wirklich nicht versuchen, seine Schläge zu blocken, sondern... So. Topsucht! Bam, 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 bam. So. Man sollte auch wirklich nicht versuchen, seine Schläge zu blocken, sondern... Topsucht! 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 Also, die erste Seizung macht recht so gut wie... Down und Tobsucht! Bam, 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 bam! Upsa. Nein, ich hab keinen MP mehr für Tobsucht! Aha. Und wenn er das sagt, muss man zuschlagen. Also, wenn er eben sagt, komm, herzloser Engel. Nämlich wenn ihr euch damit erwischt, habt ihr keine MP mehr und nur nur einen Legenspunkt. Und das ist euer Todesurteil. Topsucht! Bam, 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 bam. Da habe ich gerade kurz das Spiel Topsucht gespannt. Ja, und wenn er das macht, dann macht er so ein... Naja, ich weiß nicht, wie es bezeichnet soll. Ist das ein Omni-Strike? Wow. Oh, ach ja, ganz wichtig. Der ist zwar schon fast zu knapp. Falscher Zauber. Ach ja, hier ist es wirklich verdammt wichtig, Airoga und Minkra auf den Schnellleisten zu haben, was ja eigentlich gewohnt jeder Kino-Hard-Player machen will. Ach ja, und wenn man so viel Glück wie ich hat, spammt Seville-Wort immer... Ja. Und diese Attacke hasse ich. Du mich auch. Ach ja, das ist so ein kleiner Insider-Spruch. Ach so, wer die Final Fantasy VII-Saga bzw. Dings-Kenn... Und, ähm, voll... Auch. Mixer. Mein Ultima ist sie wahrgemacht. Ich geb' dir gleich netten Versuch. Ein netter Versuch. Oh, Mann. Autsch. So. Seville-Wort, wren wir auf den Teppich. Nein! Ich hab's mich ganz durchgekriegt. So, erst mal die Heile. ja und wenn er sagt weil ich ja wenn er sagt weil ich aus kann man auch trock so gut spammen nein und ich mein auch noch nein ich bin echt verarscht gerade wir haben ja so Komm schon. So. Nein. Komm schon. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Nein, mach nicht dein Video. Ich mag dein Video nicht. Autsch. Das ist frei. Und Getrobsuchten. Jan. Sefirot ist besiebt. Das hätte es jetzt nicht geregnet, mein alter Freund. Tschüssi Sefi. So schnell kann es gehen. Ein Kinderspiel. Ja. Wenn man das richtige Equipment hat schon. Hehehe. Wuhu. So. Wir haben es. Yes. Das sind die ganzen Abilities die ich drin hatte. Also ganz wichtig. Die zwei. Perfugieren und Tollwut. Die können einen ganz schön Arsch retten. Und wir haben eine Luftkombo gekriegt. Erstmal wieder sortieren. Oh. Mein Gott. Mit Paraglider kommt man halt ran, wenn etwas zu weit entfernt ist. Und mit den Items kein Thema. Tja. Und kein Elexilverbraten. Mann sind wir gut. Naja. Das war es für die Folge. Let's play Kingdom Hearts. Ich hoffe es hat euch gefallen. Kommentieren, bewerten bitte nicht vergessen. Daumen hoch, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Ja. Und in der nächsten Folge geht es ins Finale. Dann sind wir am Ende der Welt. Und euer Sora verabschiedet sich mit einem dicken Fetten. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Am Ende der Welt.